hallo wie geht's denn so bei kebab chefs ab dafür los geht's vorbereiten von campus ist ne kus campus ist na kus hallo kellner was geht ab mein freund ich glaube den setz ich lieber um nie verkaufen ich will nur bewegen ich glaube hier macht es mehr sinn müsste im essens tisch hier noch easy passen zehnmal ok ja dann mal ganzes modus wechseln und dann würde ich sagen ab dafür schon mal alles vorbereiten einmal die charcoal hier einfüllen reicht so die beiden dinger sind eh noch an ist noch genug drin passt einmal ganz kurz sonnenblumenöl auffüllen ist auch anpasst dann komm schon mal ganz kurz hingehen und schon mal drei teller vorbereiten teller nr.1 teller nr.2 teller nr.3 einmal mit mayo weg und einmal mit ketchup auch weg so dann noch einmal zwei suppenteller bieter dann gehen wir ganz kurz hin und bereiten das schon mal ganz kurz mit der speisekarte vor ne so langsam kriegen wir eine richtig ordentliche routine hier rein das ist gut auberginen kebab das sieht absolut widerwärtig aus aber hey müsst ihr wissen ich mein ja nur so unser standard zeug sind wir drin ah ein ding ist zu viel schade das ist auch wirklich super schwer finde ich das so zu machen aber hey so was hätten wir ein ding ins da vorne da hinten drauf ein ding ins hier vorne da hinten drauf sehr schön einmal knoblauch hier einmal chili da einmal spieß hier einmal zu einmal pommes hier rein einmal anzünden einmal tomatensuppe rein was das hat schon gleich zum kalt werden ach er lebt mich doch am arsch ja er könnte mich am arsch lecken frech absolut frech so einmal kurz wenden dann gleich die pommes rausholen ja sehr gut dann haben wir einmal hier das schöne gegrillte fleisch wunderbar hier haben wir den urfa teller urfa kebab und dann einmal pommes schön so das hängen wir wieder auf das kleine geile blade man und auf ganz easy ganz entspannt so den kopf noch mal ganz jetzt leer als ob ein teller nicht reinpasst frech kann ich ihn eigentlich ne schade wäre witzig wenn es gehen würde mal kein plan ist auch egal okay er putzt sehr gut haben sich doch schon zwei Leute Tee genommen wann haben die das denn gemacht die müssen also nicht davor stehen die holen sich das einfach so ist ja interessant na gut langs funktioniert bin ich zufrieden noch ist die auslager hier echt gut da gefällt mir dann trinke ich auch mit hier noch was optimal einmal nicht hingeguckt so ist die supfe fast leer stark restaurant level 17 der herr wollen sie sich auch was essen komischer typ danke geld ganz für moneten die moneten kann man kneten lecker ah der nimmt sich einen guten Urfer sehr schön und wichtig aber ich glaube der ist ein bisschen äh verwirrt sie freut sich gleich wie ein viereck hat auch ein teddybär was machen die alle ein teddybär in der hand ist ja witzig habe ich irgendwo ein teddybär angebot keine ahnung ey ist alles noch da sehr gut oh gott da kommen auf einmal vier guten auf einmal rein was ist das denn ja finde ich gut aber ich glaube das kann ich mir jetzt nicht irgendwie äh dingsen ich habe den Müll weggeräumt nice ok es fehlt Hühnersuppe und Pommes ähm Leute ich meine ist ja nett dass ihr euch da so gut versteht aber ist das nicht ein bisschen zu gut verstehen ich meine ja nur ich wollte euch ja nicht zu nahe treten oder so aber das sieht schon echt ein bisschen komisch aus was ihr da macht müsst ihr wissen geil man kann mir das auf einmal räumen edel ich habe aber trotzdem zwei sachen gespült wo sind die anderen sachen jetzt denn sind die drunter gefallen ach keine ahnung ist weg was mache ich jetzt mit euch toll jetzt klacken die mit dem Müll hin aber ernst was mache ich jetzt mit euch ich könnte natürlich jetzt hingehen und sagen ich brauche euch nochmal super hier hin ok jetzt sind die sauer wegen Zeit ja verstehe ich nicht also ja gut die waren halt buggy ne machst du nichts ist dann halt einfach Pech ich lasse mich mal ganz kurz überlegen ach wir können einfach den Tag beenden ich würde sagen es ist Zeit für Blackjack tausend natürlich diesen kleinen Beträgen dass ich mich hier nicht sonst irgendwie zufriedenstellen oh ja denkst du ich stay da oder was bist du doof ah schlecht egal ich hitte oh ja ich hoffe dass er sich überkauft na schlecht ein tausender können wir noch na ist schon asozial bin ich ehrlich äh ich muss aber trotzdem hitten weil der hat einen Ass das ist zu gut sonst ja belastend ja gut ist ja ist ja fein 2000 weg toll siehst du schon den Gewinn von letztem Mal wieder ruiniert dumm gelaufen machst du nichts so ab dafür die haben Rechnung zu bezahlen schön Stufe 9 3 nice na dann noch ganz kurz hier die Finanzen anschauen dann sage ich mal ciao re Einsatz roh re 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 Bis zum nächsten Mal.